und da ist klar aber es geht es nicht 71 vor dem pickling und dann haben wir einen puls bei 81 und vorher war auch bei 70 und jetzt haben wir jetzt 23 der picklschreie test Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das machen wir gleich noch direkt oder ja. Aber hier kann man sehen, der erste Ding von unten war kurz drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wenn wir eine Reaktion sehen, bei den ersten beiden, bei den weiteren werden wir abwarten. Aber jetzt der Puls ist interessant. Ich war in der Früh aufgewacht und da war ich schon länger wach. Ich weiß es nicht. Aber am Arm ist auch die Wunde von der Uhr. Dann machen wir sie bis vorher. Also das Rühmgewicht ist ganz dunkel. Der Puls ist diesmal leicht. Der Puls ist diesmal leicht. Auf Basis. Haha. Von den zwei, drei Metern bei die Anschlung mal da. Ich meine, ja. Kann gut sein. Warten wir noch eine Minute. Warten wir noch eine Minute. Und drücken nochmal. Und drückenbaum. Und drücken auf. お願いします. Und drücken auf. Du Baumturm, naja, letztens, also gestern oder heute, nein, ich glaube, ich habe vorgeteilt, aber ja, jetzt gehe ich mal duschen, Schwan, ja, okay, kann schon 140 Cent sein. Ha, du Baumturm, ey, jemand mit dem finden ist witzig. Ja, da hast du lieber Blob an, aber ja, jetzt gehe ich mal dort. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.